Herzlich Willkommen bei Fleetster. In diesem Video sehen Sie, wie einfach es sein kann, ein Fahrzeug zu buchen. Am besten buchen wir gleich ein Auto für einen Vertriebstermin. Mit wenigen Klicks ist der Zeitraum der Buchung ausgewählt und man sieht alle verfügbaren Fahrzeuge auf einen Blick. Nachdem ein Fahrzeug ausgewählt wurde und alle Fahrten buchrelevanten Daten eingegeben sind, bekommen Sie sofort eine Buchungsbestätigung mit allen hilfreichen Informationen zum Standort und einer Kalenderdatei per E-Mail. Mit Fleetster können Nutzer einfach Fahrzeuge buchen, ohne den Fuhrparkleiter anzurufen, unnötige Formulare auszufüllen oder andere Umwege. Weiterhin ist es mit Fleetster auch einfach, die Fahrzeuge den Mitarbeitern für Privatfahrten frei zu geben.